ja hey willkommen mein namen ist an die relp und ich begrüße euch zurück zu let's play tales of berseria in der letzten folge haben wir uns an diesen komischen einen boss hier versucht und haben nichts geschafft weil er irgendwie unbesiegbar war und keinen schaden bekommen hat und den schaden reflektiert hat und ja nah an der blabber erhöht und sonst sind wir hier in dem bergkeller raus eingangs sind drei gegner wer klar aus schwäche ist das ist nicht alles das ist glaube ich sollte hier nicht gegen gegner kämpfen weil wir sind schon von wir sind glaube ich ein bisschen überfahrt für die normalen gegner ja da war geplant die auf nächst höherem schwierigkeitsgrad zu spielen aber eine fliege lässt sich ja nicht erledigen von dem ich diesen neuen schwierigkeitsgrad hätte kommen können also ja wenn ich vielleicht mal irgendwie aber ausprobieren machen kann ich muss jetzt mitrelle stiefel gut läuft es muss noch damit wir gerade auf ich sollte vielleicht für einige jahre sie ist ja wieder sachen haben lernen also brauche ich wieder waffenmeister sie hat nichts zu lernen sie etwa zum lernen magelo du musst jetzt die sachen ja für uns klauen ich habe ich werde mich nicht mit kämpfen aufhalten weil wir sind schon stark genug wo ist ja nicht so als würde ich irgendwie ja durch jeden kampf irgendwie level ab oder so bekommen also kann ich trotzdem noch ein paar gegner mitnehmen wenn ihr welche wären hallo jetzt kann man natürlich keinen einzigen gegner ja so typisch so katastruhe wie wäre es mit einer katastruhe ich weiß wenn ich mal wieder zu allen anderen orten irgendwie in reisen könnte anstatt wieder nur hier linear durch die story zu latschen da würde ich gerne am ende dieses tages hier reichen dass wir einen punkt erreichen wo ich wieder überall hinreisen kann aber jetzt ist ja schon wieder eine blutrote nacht deswegen gehört gefühl wir sind jetzt hier schon kurz vorm endkampf oder so kann sein hat hier wir gar nicht mehr zurückkommen ja was natürlich noch niemals spiel irgendwie so durchgespielt haben so im sinne von das spiel durch gespielt du bist jetzt vor allem endkampf irgendwie ausgelassen kennt man ja wollen wir sehen ist er im normalfall hier bei japanischen rollenspielen andere amerikanische rollenspiel spielt bei denen ist das nicht so ich verfehle ich verfehle ich verfehle ich verfehle ich habe noch mal da und dann war immer noch nicht die zweite art gesehen weg gerade verdammt wenn man noch keinen neuen gegenstand los kommen ich habe gerade gesagt an welchen weiß noch mal hier geblieben aber kann man einer von euch aufhören stichern 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 na 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 mir keine angegriffen hat ja du gib mir dein gegensammt vom buch aus dem so abgezogen endlich der ein reingehaut habe ein kochlevel erreicht 16 lernen die wieder neue sachen 17 ok da wird der reichen in diesem part wahrscheinlich kommt jetzt erstmal gleich ins geht erstmals geht erstmals geht erstmals geht erstmals geht erst mal noch mal nicht mehr hier meine arzt einsetzen meine verborgenen wenn wir nicht verborgenen malak aber kann man ab bei magelow eigentlich malakarzt stirbt er ist immer noch nehmen die eine neue attacke aus trotziger ding aus kirchen direkt wo mitten im angriff hat den gesehen feuer die kamera werde auch nicht überraschen ich habe mich auch noch jetzt sehr gut das ist ja schon fast geplant aus vernünter trick ich habe nichts bekommen nein keine gefährliche treffen auf denen wir zeigen schwierigkeit gehabt hat macht mich nur sehr viel aua was macht man hier wohl wo ist dieser blöde bau mehr wo ich meinen dings bekommen meinen hexen lesen da kann man nichts machen ich dachte es war sehr verdächtig auch so wie es der einzige gegner hier und ich bin auch hier also wir müssen kämpfen gegen die mags logik haben wir jetzt hier sehr bin eindeutig eingerostet weiß nicht mehr wie man dieses spiel spielt soll mich nicht abhalten das spiel hier durchzuspielen jetzt auch schon weil jetzt nicht irgendwie im jahr schon bald alt oder so ne leute haben das spiel irgendwie innerhalb von einem monat schon durchgespielt so 30 part so wie geht dann eigentlich und so richtig hardcore durchwaschen ob ich das mit zeit er hat man doch ich habe mich jetzt auf ein projekte reduziert das ist hallo das ist ein das ist früher unvorstellbar gewesen für mich naja warum warum jetzt war meine kombose nicht immer auf screen gemacht habe beim trainieren über den ihr und den ihr dann den ihr dann den ihr dann den ihr das ja meist benutzte angriff von mir hier fünf vor zwölf ne der sprung angriff von heisen den dann kommt am allermeisten eingesetzt 1780 ich glaube wer wird hat einige noch okay wie der hat sie aber als computer öfter eingesetzt aber mit eisen sind sich einer stehen angefangen meisten ein so mein ganz schön genau drei tonen wie sollten die alle finden das ist gut zu wissen dass dieses alter alter wie schnell da war ich zaubern kannst du echt in dem spiel gar nicht naja da gibt es nicht vielleicht an wenn ich sage wir müssen erreichen oh mein gott nein ein paar mal gegen diesen lindworm drachen gekämpft den ich schon ein paar mal besiegt habe was gut ist weil er gibt sehr viele immer man das nennt ausrüstungsfertigkeit punkte aber doch immer jetzt mal wenn ich einen von denen erledigt habe ich irgendwie so drei sachen auf einmal irgendwie gelernt okay weg okay da oben ist wieder weiß ich wie viele dinge ich noch brauche noch seelenmäßig aber nein ich schaden wo da will ich runter zieht außer zu sehr wehtun wenn ich da unterfallen würde kräuter soll ich vielleicht auch mal einsetzen ich bin immer genauso ich ja jetzt bin ich wo war ich wo war ich nicht ich bin von da ohne ich muss da haben wir schon wieder alle keine dinge hier keine seelendinger ja sind wir alle betreut worden oder was war dabei wurde jetzt auch voll dran genommen wird auch keinen seelendingen verloren dass man alle nicht so an und ich habe die noch aktiviert schon gewundert sitzt ihre dinge dabei ein oder was ist ich habe ein ap nicht gut sehr oft geworfen nichts bekommen man mich ausgehen schon wieder ja ihm bekloppt darf haben was soll ich wahr sein gehört kein kämpfen mehr geh weg geh weg nach ruhe 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 und drei drohen ich erfüllen muss hallo sagen wir nicht mal die erste können beutetrang einsetzen tut hat eine menge galt ok cool geld ich habe 1,7 millionen ich glaube nicht dass ich geld in nächster zukunft brauchen werde jetzt bin ich jetzt den nächsten laden irgendwie ja voll aufkaufe hier ist das hier also verdächtig nein sind nicht einfach nur eine wand verdammt ok ich hätte gerne diesen baum gefunden damit ich wieder meinen hexenbesen nutzen kann weil ich verlange nicht viel und das mal ja jetzt peter schweinchen wo fuchsgeist der auf dem schweinchen fährt reitet das habe ich auch schon ja 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 ok oh schön es wird schönes gelächter eines zeugs ich muss es haben ich sage wie so eine art höhle haben wir schon dutzende mal irgendwie gesehen in dem spiel oder in den anderen spiel von tils auf da kann ich werde nur ein bilder aber jetzt kommt mir alles so bekannt vor da steht jemand es geht okay Das war's für heute. Oh, das war's für heute. Es war so, aber... ...Lighton... ... ich will dir, was du zu erzählen. Das ist gut. Ich will, was du zu erzählen. Ich dachte, du... ... dass du so gesagt hast... ... und... ... dass du... ... dass du... ... mit dem Vell-Bedt in die Vell-Bedt. Oh, das ist das? Ich bin jetzt nur noch ein paar Fragen. Ich werde dir das nur hier. Ich werde dir das nur hier. Na, 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 was du sagen, Lokuro? Das nur hier. Ich werde das auch mit mir verreicht. Ich werde das auch mit mir verreicht. Ich werde das auch mit Aizen! Das ist gar nicht so, was ich nicht. Es gibt ein paar Jahre in einem Leben. Ich werde es nur die Verreicht aufnehmen. Ich werde es nur die Verreicht aufnehmen. Ja, genau. Das ist ja, das ist das. Was ist das? Oh, ich bin nicht zusammengekommen! Was ist das? Wenn ich mich nicht mehr als groß war, dann sollte ich mich nicht sagen. Das ist das, was ich. Ich bin... Ich bin... dass ich die Kinder verletzen kann. Hahaha, das stimmt. Ich habe es geschafft. Ja, ich glaube nicht, dass ich mich noch nicht behalte. Wie haben wir zwei? Ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh. Ich weiß nicht. Wenn ich mich nicht verletze, würde ich nicht sagen. Entschuldigung. Aber ich habe mich überrascht. 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 Aber ich werde mich immer wieder mitbekommen. Danke, Leifes. Oh, wie war das? Jetzt ist es, dass ich mich überrascht habe. Oh, Leifes. Ich habe mich überrascht. Oh, Leifes, Leifes. Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Ich werde später im Kampf und er liegt mit dem Kopf im Dreck. Ja, da werde ich ganz zielvoll zu ihnen gehen. So, jo, Bruder. Spuck mir über die Schulter. Alles klar. Alter. Alter. Wir sind hier los. Hätte ich im Dings brauchen können, ja. Offscreen. Oh. Im ganzen Gegner hätte ich irgendwie oft kriegen. Die waren alle so schön platziert. Hier extra für Dings. Gefährliche Überfälle. Angriffe. So, kommt jetzt hier. Ja, da ist doch genau wie im Intro. Da wird jetzt keins geht. Ich möchte alles neu in dem Party reinpacken. In halb 10 Minuten wird es ja nicht dauern. Wo ist der Baum eigentlich? Ich habe den immer noch nicht gefunden. Ja, aber nicht auf den Hexendingen, die ja rumfahren. Äh, auf dem Schweininchen. So. Trete er vor, Herr Shigure. Nein, ne, ne. Ich meine Shigure. Ein Einzelkampf. Wie gesagt, wir werden Einzelkampf. Ja, eigentlich war es eine Gitarre, aber... Damit des Geismus war es wohl nicht. Ja, aber... Ich habe ihn mit einem Karten noch eine Flüssigkeit. Das heißt, es ist ja sehr interessant. Ja, aber ich habe ihn mit den, hey? Daher habe ich noch eine Flüssigkeit. Das ist mein Sch spelled mit einem Karten. Ein Schlossbruch und Sieg, wenn du sie, Ich bin, Sie mit dem Karten und du sie, und du ihn mit einem Karten und ich ich. Ich bin, Sieg. Das war's für mich. Ich bin ein Wunscher, was ich. Ich habe keine andere Wunscher. Ich habe mich nicht gesagt, dass ich meine Wunscherseinheit habe. Ich habe keine Wunscher, du wunscher. Das ist so. Ich habe mich geholfen, und mich zu den Wunscherzern. Ich habe mich geholfen. Ich habe mich geholfen. Oh man. No, come here. Aber ja, level 70 und er hat ein Sandsbild. Ohne 1013. Danke, weil wir ein Gespräch hier unterbrochen. So weit ich jetzt kann, das hat nicht geil. Oh, ich hab keinen Dings. Der ist ja schon gleich erledigt. Oh man. Was? Was weiß ich ihn gesteuert hab? Ich zeig dir mal, wie es aussieht. Irgendwie geil gewesen, wenn er die abgeblockt hätte, war schade. Oh Gott. War fähigst du mir ein Brüderchen? Kannst du mal aufhören. Wow. Ich schnitzte einfach ein Mensch am Boden. Ich krieg die Krise. Fähigst du auf mich los, Mann. Ja. Oh nein. Ah. 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 Das ist hoch ist doch ein bisschen stärker als gedacht. klar ich muss doch jemand anderen steuern außer klingens aber das wäre ja ja voll langweilig dann wesentlich geht er jetzt auf mich los um konta hingesehen immer lieber so ein zweikampf gewünscht aber was soll es allein kann sie nicht einsetzen ich bin ja wir haben sich geführt hat nichts oft gemacht werden kann aber soll es gibt mein schwert irgendwann kaputt oder so ich kann kontern was machst du jetzt also er hat eisenvoll über den haufen gefegt und da konnte er kommt richtig ab er geht auf eisenlos aber dann kommt dazwischen ja 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 ich schaffe hallo voll easy es muss ja noch keinen halt haben oder irgendwo einsetzen gummi meine ich also er kommt auch jetzt voll lange merkt gerade soll auch so sein ich kriege meine zweite musik gar nicht wie abgeblockt sehr gut man hat jetzt mal ein und block die auch und einfach so möchte ich nie ein wie bei laffi set naja au 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 oh die heilung bringt noch nichts das sind doch heißen wenn ich dann auf mich los nein die letzten apm ich aufgezogen ja ich habe gekonnt wenn den seinen angriff naja als meiner sehr gut so ihr joh Ich weiß nicht, was ich. Siegure! Ich will nicht, Murujim. Rokuro, dieser Mann hat noch viel Kraft. Ich verstehe. Siegure ist der Siegure-Langet. Siegure, oder? Ich verstehe. Ich will命. Ich will das auch. Ich bin der Worte. ja ich habe noch ein schwert es geht um die 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 ich in die Siegure... 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 ... den Weg auf dem Weg... ... was du sie ausfüllen? Sie war der Zeit zurückgekehrt. da man die wunde sogar sieht das überrascht mich es ist sehr interessant es ist interessant es ist schlecht es ist schlecht es ist eine andere eine andere Blöken... Wenn ihr das so schliessert... Das stimmt. Belvet? Gut. Gut. Mein Freund hat mir getan. das kapitel abgeschlossen aber eine 60 titel expedition wie es ja weitergeht sehen wir in der nächsten folge von let's play details auf der serie ich bedanke mich alle herzlich fürs zuschauen sagt tschüss bis zur nächsten folge